Digger, ich hab grad 16 Kills Solo gemacht und dann bin ich leider gestorben. Das war eine Legende, ich hab meinen Solo-Rekord geknappt. Ich hatte vor ein Jahr meinen Solo-Rekord geknappt und ich brauch noch ein Jahr, um den wieder zu kriegen. Digger! 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 Im Pump, Leute, kann man überhaupt nix machen, egal wie gut die sind. Wenn man das selber nicht hat, ist man tot, man. Da hinten ist sogar Spast. Hab dich! Ja, der trifft doch in der Luft, man. So ein Lucky-Bohr. So ein Lucky-Bohr, man. Das kriegst du da vorab, dass du mich genervt hast. Ich bin heute viel, viel besser geworden. Und seitdem ich diese Maske anhabe, bin ich eine Legende-Monster. Eine richtige Legende, seitdem ich diese Maske anhabe. Bin ich eine Legende, wirklich. Das ist irgendwie so. Das ich überhaupt gar nicht mehr verstehe. Ja, das lebt. Ja, das lebt. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich habe diese Maske an, ich bin ein Gott. Wenn ich diese Karte mache, bin ich hier damit ein Gott. Einfach nur ein Gott. Ach man, dieser Kack, Green Screen, der hier dieses Kacke macht. Green Screen, nein, Mann, beweg dich nicht. Scheiße. Dieser Kack, Green Screen bewegt dich, wenn ich die Sache lege. Sie hat meine Maske hier ein bisschen grün. Danke. Danke. Hi, Funny Moments. Wer entziehbar ist. ich verstehe meine Maske, die gesprochen wurde durch, k schluss 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 k Ich finde das geil, dass wieder diese Impulsgranaten drin sind. Weil, verdammt, tut mir doch nichts Schlimmes. Zuerst mal lange rausgesetzt, damit die Leute sich nicht mehr daran gewöhnen, mit den Impulsgranaten Headshots zu gehen. Dann haben sie es wieder reingepackt. Das nenne ich mal Taktik, Mann. Jetzt kann das kaum jemand noch spielen. Aber bei mir sieht man meistens, dass ich die Leute echt in der Luft ein bisschen treffe mit der Schotter. Was? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hab nie so gelasert. Döger! Shka gut! Jetzt diesen 2 Spieler war ihr überhaupt gar nicht op, Mann. das sieht aus schwarzer Ritter und ist überhaupt gar nicht OP man der war überhaupt gar nicht OP oder schwarzer Ritter also man überhaupt gar nicht OP man ich dachte der war ein bisschen besser aber der war schon schlecht machen wir einfach weiter natürlich mal wieder 7 Kills, 10 Leute leben so 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 da gehts Leute so 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 nach tier Bauch so ... Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was? Digga, Hacker, man. Der Ton ist Hacker, Digga. Wenn er halt ein Hex... Was soll ich denn anderes machen sollen? Er kriegt einfach den Schaden von der Trapness. Was? 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 Geht's wieder? Ja, ich geh wieder. Was? 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 Yasiguuunatio. Schutzen, 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 Schutzen? Was ist das? Was ist das? Es ist ne HUNDER PUNZER TÜR SCHÜR! Es ist ne HUNDER PUNZER TÜR SCHÜR! Hey, wo sind die Gegner? Digga! Wo bleiben die Gegner? Digga, die können hier nur unten! Wo kämmt ihr? Oh! Klein! Goss! Digga! Oh! Oh! Verdammt! Doch mal! Erkämmten die! Bitte lange! Ich hieb's jetzt lange! Okay! Und unten! Okay! Digga! Wo sind die? Oben ist kein einziger Gegner! Oben ist kein einziger Gegner! Ich bin ein bisschen! Oh! 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 Vielen Dank.